Wie man kämpft, das ist alles, was beim Donnybrook zählt. Ist der Putt immer noch bei 100.000? Wenn ich gewinne, ist das mehr, als wir uns je erträumt haben. Und wir sind frei. Mama hat Freunde zu Besuch. Wartet hier. Kommt nicht rein, bis ich fertig bin. Mit was? Wenn dein Bruder in meinem Scheißhaus ist, wirst du dir wünschen, ich wäre da geblieben. Ich zahl später. Raus aus meinem Haus, du Arschloch! Bist du sicher, dass du nicht hierbleiben willst? Könnte ganz schön hart werden. Mach sie alle fertig beim Donnybrook. Träum von mir. Okay, ich bin nicht Scheißirre. Du ekelst mich an. Ich hab dich in der Bar gesehen. Du willst zum Donnybrook, da will ich auch hin. Brauchen Sie eine Mitfahrgelegenheit, Soldat? Ja, Sir. Was haben Sie denn damit vor? Was wirst du tun? Ich werde ihn finden. Ich hab sie nicht gesehen, Mann. Wie hat deine Mom Jaiet kennengelernt? Er war viel bei uns. Er hat immer auf mich aufgepasst. Und wie weißt du, er ist mein Dad. Geh, gehn, 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 gehn. Ja!